Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es nochmal um Angular und zwar wollen wir uns heute Attribut-Direktiven angucken. Ich weiß, ich weiß, ich arbeite wieder mit Visual Studio Code. Das liegt daran, dass ich dieses Video hier später als die übrigen der Serie aufgenommen habe. Und ja, wie ihr wisst, ist meine Lizenz ausgelaufen von PHPStorm. Das heißt, ich bin umgestiegen auf Visual Studio Code. Genau. Funktioniert aber mit beiden wunderbar gleich. Und ich glaube, mittlerweile seid ihr an einem Level angekommen, wo ihr auch versteht, wenn ich hier zum Beispiel Rechtsklick und neue Direktive mache. Und ich zeige euch auch, wie es im Terminal geht. Das heißt, das ist auch kein Problem. Okay. Was genau ist eine Attribut-Direktive? Naja, eine Attribut-Direktive, sagen wir mal, könnte man so interpretieren. Ich möchte hier zum Beispiel den Style oder irgendwas verändern von diesem Attribut, das ich hier habe. Und zwar diesem Listen-Element. Und was ich deswegen einfach machen kann, ist, ich kann hier eintragen, ich möchte gerne dieses Listen-Element irgendwie manipulieren. Und dem gebe ich irgendwie einen coolen Namen. Das heißt, ich sage dem, sei Flashy. Und das ist jetzt mein Name dafür. Man sollte aber hingehen und das ganze Ding App Flashy nennen. Also quasi, wenn wir hier Flashy hätten oder das wäre das, was wir normalerweise geben würden, schreiben wir App und dann Groß F hin. Das ist so die Namenskonvention, die man dafür hat. Und jetzt brauche ich natürlich irgendwie diese Referenz, was genau bedeutet denn das. Und genau das mache ich über Attribut-Direktiven. Beziehungsweise eine Möglichkeit ist es, über Attribut-Direktiven zu machen. Und das ist eigentlich relativ simpel. Ich mache in meinem Fall jetzt hier einfach rechtsklick, Generate Directive. Und dann kann ich da oben einfach schon meinen Namen eingeben. In unserem Fall, ich werde jetzt hier trotzdem das Terminal dazu benutzen, weil das ist bei euch allen gleich, egal, unabhängig von welcher IDE ihr verwendet. Und das will ich ja auch irgendwie erreichen. Und das bedeutet, ich gehe jetzt hier einfach her und schreibe in meinem, in dem richtigen Ordner. Achtet darauf, dass ihr im richtigen Ordner seid. Einfach im Terminal ng-generate-directive-flashy. So. Hier seht ihr, ihr müsst in diesem Fall nicht irgendwie angeben, App-flashy oder sowas, sondern einfach nur Flashy. Okay, jetzt suchen wir mal hier in unserer App, wo dieses Flashy denn eigentlich hin ist. Und hier sehen wir, wir haben hier zwei neue Dateien. Wir haben einmal die flashy.directive.spec.ts. Da steht nicht wirklich viel drin, was wir verstehen. Deswegen sollten wir die auch eigentlich mal in Ruhe lassen. Auf der anderen Seite haben wir hier aber auch noch flashy.directive.typestrip. Und das ist die, die wir verändern wollen. Hier seht ihr auch, der Selektor wird euch automatisch als App-flashy festgelegt. Das heißt, euren Namen groß geschrieben und vorne dran einfach App geschrieben. Und das ist auch so, wie ihr es eigentlich verwenden solltet. So, jetzt genau. Was macht dieses Ding denn hier? Naja, das ist eigentlich relativ simpel. Es nimmt sich im Konstruktor einfach oder es nimmt sich generell einfach irgendwelche Dinge, die ihr markiert. Sowas wie eben hier dieses App-flashy-Listen-Element in eurem HTML. Und macht irgendwas damit. Und dieses Irgendwas könnt ihr hier festlegen. Zunächst einmal müsst ihr sagen, was genau ihr damit markieren wollt. In unserem Fall wollen wir einfach nur ein Ele Doppelpunkt Element Reference. Also Element Ref. Wollen wir hier verändern. Und deswegen geben wir das in den Konstruktor mit ein. Und das wird uns dann direkt einfach von Angular übergeben. Und wir können jetzt unserem Ele zum Beispiel sagen, Ele.NativeElement. Was haben wir denn zur Auswahl? Gib mir irgendwas. Steuerung Leertaste übrigens, falls ihr nicht wisst, wie ihr hier in diese Auswahlliste kommt. Steht allerdings gerade gar nicht dabei. Ich glaube, ich nehme Style. Style. Background Color. Background Color ist gleich Green. Also so richtig schön bunt. Und ja, ich weiß, ich sollte Quick Fix. Ja, Dankeschön. Ich sollte die einfachen Anführungsstriche nehmen, aber das ist für mich irgendwie immer noch ungewohnt. Aber okay. Okay, genau. Und das ist eigentlich schon alles, was ihr hier machen müsst. Jetzt gucken wir uns einfach mal an, was passiert, wenn wir hier ng-serve machen. Müssen ein bisschen warten, logischerweise. Und wir sehen, wir haben das Ding hier grün hinterlegt. Das heißt, damit könnt ihr einfach irgendwelche Attribute, die ihr so verwendet, einfach so verändern. Und zwar könnt ihr damit halt wirklich alles in TypeScript machen. Und das Schöne daran ist, ihr könnt es auch direkt ändern. Also in TypeScript sozusagen alles kompakt halten. Das heißt, ihr könnt hier drin auch vollständigen Code ausführen. Ihr könnt hier irgendwelche Berechnungen durchführen für einzelne Elemente und diese einzelnen Elemente dann irgendwie verändern. Ihr könnt ja auch, wenn ihr wollt, eine Datenbankabfrage haben, was hier eigentlich in der App Flashy drinstehen soll. Also hier in diesem Listen-Element. Und könnt dann da irgendwelche Sachen einfügen, zum Beispiel neue Has, also neue Überschriften. Ihr könnt die Datenbank oder irgendwelche Background-Server abfragen oder Backend-Services abfragen, was in der Datenbank drinsteht zum Beispiel und dann hier alle User eintragen in dieses Listen-Element. Einfach nur, indem ihr hier sagt, ich hätte gerne mein Element und ich möchte gerne darauf irgendwas verändern. In unserem Fall einfach nur die Farbe. Sehr cool. Also nichts weltbewegendes, aber trotzdem sehr, sehr mächtig. Vor allem, wenn wir uns dann nächstes Video noch angucken, wie ihr damit auch noch umgehen könnt zum Beispiel. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.